Und wir sind zurück in unserer aufregenden kleinen Welt in Banished und versuchen hier die Stadt wieder zum Leben zu erwecken. Das war ja schon fast eine Geisterstadt. So, ich starte mal wieder weiter hier, dass die nochmal abernten können, das Feld, denn wir sind ja noch im Sommer. Damit wir dann auch gleich die Aufgaben wieder verteilen können. Denn jetzt fängt es wieder an Spaß zu machen. Bei neun Einwohnern, sechs Kindern, es wird. Jetzt müssen wir nur noch hier die Lebensqualität wieder hochkriegen. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Hoffe ich zumindest. 20 Leder Tools. Jawoll. 18 Fisch, Alter. Es wird doch. So langsam wird es. So langsam wird es. Das finde ich cool. Dann können wir nämlich ein zweites Feld aufbauen. Und dann haben wir hier nämlich die nächste Reserve, wo ich dann ein bisschen Mehl und Korn machen kann. Dass die Freaks sich dann hier auch ein schönes Brötchen bauen können. Siehste? Tools. Jetzt geht es nämlich los. Die wollen eine Werkzeugschmiede haben. Das heißt, ich muss jetzt zusehen. Zusehen. Wo war es denn? Da. Schmiede. Werkzeug. Tool Time. Wäre da falsch, ne? Würde ich sagen. Genau. Da kommt er hin. Das Feld ist fast geerntet. Dann würde ich sagen, nehmen wir ein Bilder. Und Woodcutter. Und, ach, wir haben jetzt nochmal einen über. Dann könntest du zu den Fischen gehen. Ja, 10. Das finde ich cool. Denn der Bilder kann nämlich bilden. Und da haben wir schon das Zeichen dafür. Das Werkzeug hier oben drüber. Hier sucht er sich das Werkzeug zusammen, dass er arbeiten kann. Dass er überhaupt was tut. Da muss man ein laufendes Werkzeug da. Genauso. Der hat auch kein vernünftiges Material mehr. Jetzt wird improvisiert. Und das ist halt der Punkt, weswegen wir hier unbedingt diese Werkzeugmacherei bauen müssen. Damit wir vernünftig weiterarbeiten können. Sonst heulen die bald alle rum. Genauso, was auch das, ähm, das die Klamotten angeht. Ist genau so ein Ding. Das heißt, im Moment brauche ich ja keinen Farmer. Das heißt, ich kann hier nochmal zum Jäger gehen. Kann da zweimal jagen lassen. Jawohl. Dann verteilt mal eine Yachtreise hier. Denn es sind ja Jäger im Haus. Daher auch die Yachtreise. So. Guck mal, hier haben sie schon Zwiebeln. Und Mushrooms. Also Pilze. Und aus den Ledersachen müssen wir dann auch noch Ja, Bären. Aus den Ledersachen müssen wir dann nämlich auch noch Ähm, Klamotten machen. Und dass die was an ihren Arsch kriegen. Und dann sind wir, glaube ich, erstmal so weit, dass wir die Lebensqualität jetzt hier erhöhen können. So, dann wollen wir von den Jägern wieder welche abziehen. Und dann können wir das alles in die Farmerei stecken. Wie viel Feuerholz haben wir denn hier mittlerweile? Ja, dann kannst du mal eine Runde klopfen. So, vier Kinder, elf Erwachsene. Los mal hin. Dann setze ich hier nämlich den Bilder gleich ein. Und ein neues Baby geboren. Dann setze ich hier den Bilder nämlich gleich rein. Dann kann der nämlich hier anfangen und die Werkzeuge basteln. Ach, gucke. Ach, gucke. Warte mal. Dann kann der Bilder doch hier wieder rein. Wo ist er denn? Äh, Farmer. Da. Können wir nämlich gleich zu viert hier machen. Wir haben wieder zwölf Einwohner. Ist das geil oder ist das geil, Alter? So, warte mal rein. Lassen wir mal. Ja, ich weiß, dass die Tools los sind. Da arbeiten wir dran. Genauso wie am Futter. Dann nehme ich jetzt hier die Plantage mal weg, dass ich hier mal weiter bauen kann. Und hoffe, wenn ich da jetzt eben die Schnaderei noch hinpacke, dass wir dann hier noch ein Feld jetzt setzen können demnächst und dann hier die Stadt weiter ausbauen, dass wir wieder Einwohner kriegen. Da können sie nämlich wieder höchern wie die Kanickel. So, Sommer. Dann fangt schon mal an zu ernten. Dass wir hier den Fraß wieder rein kriegen. Feuerholz, jawohl. Erstmal kleinen Vorrat anbauen hier. Bloß nicht wieder verrecken. Irgendwann werden sie natürlich sterben an Altersschwäche. Das ist ganz klar. Aber so wie er hier zum Beispiel. Der ist schon 45. Damals war es so gewesen, dass die nicht sehr alt wurden. 46. Das wird der nächste Tote sein. 51. Na ja. Ich hoffe, dass sie sich mit dem Verrecken noch ein bisschen Zeit lassen. So, Iron Tools. Na siehst du, das geht doch. Es wird. Es wächst und gedeiht. 27 Prozent. Alter, so viel war, so voll war ich schon lange nicht mehr. Das finde ich ja mal schwer in Ordnung. So, wir sind im Herbst. Dann gehen wir jetzt bei Jägern wieder an Bord. Und ich würde sagen, ich baue schon mal die Schnaderei. Die setzt sich hier Arsch an Arsch mit der Werkzeugschmiede, ne? Zack. Und hoffe, dass wir hier einen Weg noch vorbeigeschossen kriegen. Na, ich baue ihn erst mal äh, ein bisschen. Genau. Genau, 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 genau. So, Vogelperspektive. Gut. Feuerholz sollten wir haben. Da haben wir noch ein bisschen Holzvorräte. Da müssen wir nur zusehen, dass wir jetzt demnächst noch mal in die in die Forrester-Läute reinbuttern. Und das können wir jetzt auch gleich mal machen. Dankeschön für die wilde 13. Dass wir dann auch vernünftig Holz-Nachschub kriegen. Damit wir da nicht auch noch einen Engpass kriegen. Und dann müssten wir ja eigentlich noch mal mit einem Bilder zusammenarbeiten. so, wir sind bei den Jägern. Die setzen wir jetzt gleich wieder in die Farmerei. damit die sich drauf vorbereiten können. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt wird gerodet. Im Vogelpark weil es rode. Oh. Och, Mann, ja. Purrung. Was haben wir? Holz. Ja, gut. Ist klar. Das ist logisch. Aber ich hab doch hier noch Holz. Das möchte ich nicht. Bei dir die Frage nicht. Bus fahren. Steine? Ja, okay. Pass mal auf. Was haben wir da noch? Holz. Pass mal auf. Dann macht doch hier mal platt. Macht doch mal platt. Halt. Markieren. Macht doch mal platt. Aber ganz heftig. Pli, pla, platt. So, den setzen wir. Wo setzen wir dich denn mal ein? Bei den Wut cuttern. Ganz einfach. So, du brauchst gleich schon wieder mehr. Nein, du bleibst. Ach, deswegen. Weil er braucht nämlich auch Holz hier. Ah. Vier Holz und Metall. Das ist ja so eine scheiße Werkzeuge. Klar, für die Stiele. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Und ich wundere mich schon, wo das ganze Holz hin ist. Okay. Okay. Okay, okay, okay. So. Tim Taylor ist auch gleich fertig. ähm, 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 ähm. Genau, da setzen wir den Bilder gleich ein. Dann kann der nämlich anfangen hier zu basteln. Da sind wir im Sommer. Ihr fangt schon mal wieder an zu ernten. Pumpkins haben wir noch. Fisch ist es mittlerweile auch wieder gut vertreten. Was macht die Jägerei? Noch nichts weiter. Ach ja, genau. Da müssen wir erst noch mal warten. Bis sie das Feld abgerissen haben. Gut, das können jetzt auch zwei alleine machen. Dann gehen wir da wieder in die Jägerei. Na, so ganz toll ist das Feld diesmal auch nicht, ne? War schon mal besser bestellt. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Gut. So. Was hast du für ein Problem? Closest Limit? Echt? Hast du schon fertig? Oder ist es ja keine Leder? Dir fehlt das Leder wahrscheinlich, ne? Ja, dir fehlt Leder. Sind wir fertig hier? Ja. Das heißt, so, dann gehen wir hier noch mal in die Jägerei. Na, was ist? Kriegst du das noch hin hier? Mit dem Feld? Oh, nicht mehr, wa? Ja. So, dann sind wir bei 15 erwachsenen Bewohnern. Die Häuser füllen sich mittlerweile endlich mal wieder. Da ist noch ein Kind drin. Der ist nach wie vor noch alleine. Dann bin ich ganz ehrlich, baue ich noch kein Haus weiter. Wenn der hier alleine ist, der kriegt doch keine Ältere mehr ab. Dann kann der auch nicht mehr poppen und dementsprechend kriegt er auch keine Kinder mehr. Sie sind doch mal ganz realistisch. Also. Kennen wir ja nicht. Oh. Guckst du, da ist Fleisch und da ist Fell. Beziehungsweise Leder. Zukünftiges Leder. Früher Winter. So, was machen wir denn hier mit dem... Dann machen wir jetzt mal Korn draus. Jetzt haben wir hier über 700 Pumpkins. Dann machen wir da doch einfach mal Korn draus im nächsten Frühjahr. Feuerholz haben wir noch. 428 sollte erstmal reichen. Dann können wir aus dem einen Farmer... schon mal Zweiten machen. Jo. 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 Doch. Doch. Dann haben wir nämlich hier schon mal die Möglichkeit, die nächste Plankage zu bauen. Und die da wäre... Ähm... Tja. Tja. Ich habe noch nie so einen alten Kuhstall gebaut. Soll ich mich mal dran versuchen? Ich versuche mich mal dran. Mal sehen, was draus wird. So, ihr lieben Farmers. Dann fahren wir es mal weg. So, da können wir einen Jäger draus lassen. Machen wir einen Bilder. Und dann bilde das mal, du Bilder. Dann geht das nämlich los. Und ab geht die Post! Ich sehe mal ein hier. Immer noch 15 Erwachsene, 3 Kinder. Qualität der Stadt, Fröhlichkeit. Aber die Gesundheit. Okay. Die lässt zu wünschen übrig. Dann müssen wir doch mal zusehen, dass wir vielleicht noch einen Arzt bauen. Dass die Leute da mal hin toben können. Gut. 16 Erwachsene, noch ein Bild da. Ein eingebildeter. Dann bauen wir doch als nächstes nochmal ein Crankenhaus. Das Crankenhaus stellen wir... Wo stellen wir das denn hin? Am besten gegenüber der Wohnung, würde ich sagen, oder? So mitten rein. Warum? Wo stört er sich? Achso. Wahrscheinlich am Weg hat er sich gestört. Okay. Und jetzt? Und hier? Können wir nix machen. Der weiß nicht, was er tun soll. Stone is low. Die sind noch nicht stoned. So. Ihr könnt einsammeln. Tja. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wieso, weshalb, weswegen. Wie diese Tiere. Los, fang die mal ein. Vielleicht haben wir ja tatsächlich Glück, dass wir ein paar Tiere fangen können. So. Du darfst auch mal wieder kloppen. Dann muss ich jetzt die Leute hier mal auf Steinsuche gehen, mag? Geh schicken. Gehen. Muss ich... Muss ich die Leute auf Steinsuche gehen? So. Sammelt ihr mal Steine ein. Ihr Geigen. So, dann habe ich ja bis jetzt erstmal alles verpflegt, ne? Achso. Hier, den Onkel Doktor brauchen wir noch. Genau. Dann haben wir das Nötigste, glaube ich, erstmal hinter uns gebracht. Wieso trudelt eigentlich der da hinten rum? Ist ja echt eine Frechheit, ne? Tja, was tun? Was tun? Was tun? Was tun? Was tun? Also ich habe den da jetzt wieder rausgenommen, weil ich nicht weiß, wie das vonstatten geht. Wenn einer von euch eine Idee hat, wie das so funktioniert hier mit den Tieren, dann möchte ich doch mal bitten, mir zu schreiben, wie, damit ich das dann umsetzen kann, weil ich habe keine Ahnung. Bin ich wahrscheinlich dann doch etwas zu blöd zu. Zu blöd, 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 blöd. Pudung. Zu blöd, zu blöd, zu blöd. Ja, die kloppen ja schon Steine wie verrückt. Was brauchen wir hier noch? Iron. Haben wir hier noch hier 54 Stahl und 32 brauchen wir. Haben wir schon voll. Was brauchen wir? Ach, Werkzeug fehlt noch. Okay. Da unsere Äppelgasse. Äppel, äppel, siehst du? Äppel. Äppel, 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 äppel. Warte, dann können wir ja den, also dann, lass uns den abreißen. Dann setzen wir da eine Apfelplantage hin. Dann können wir nämlich später mal, wenn wir eine Kneipe bauen, wir können nämlich hier eine Kneipe bauen. Äh, wo ist er denn? Schule? Fast. Ist auch fast eine Kneipe die Schule. Da, da, Schenke, ne, Taverne. Dann können wir nämlich, wenn wir die Äpfel gesät haben, auch einen Apfelschnaps bauen. Cool. Ein Doktor bitte. So, und jetzt wird auch Rucke-Zucke die Lebensqualität hier besser. Kann man denn gleich sehen. Los, mach kaputt. Destroy! Find ich gut. So, los, mal hin. Dann können wir die Plantage nämlich noch setzen. Na, jetzt geht's doch aber los hier. Alter. Da ist ja richtig was los. Okay. So, wie lange noch? Oh, 35 Prozent, ey. Oh, 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 oh. Jetzt kommt das Abrissunternehmen. Und weg. So, pass auf, dann können wir. Äh, wo waren sie denn? Habe ich jetzt blöd? Habe ich jetzt blöd? Da. So, Pflaumen. Okay, dann machen wir erstmal Pflaumen. Pflaumen. Dann können wir nämlich nebenbei die Pflaumen noch mit anbauen. Die Pflaumen. Und wir lassen die Pflaumen mal Pflaumen sein. Ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen. Mache hier erstmal wieder einen Break. Ähm, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dann heißt, äh, vergrößern. Wir sind nämlich jetzt bei 18 Leuten. Jetzt wird das in den Häusern tatsächlich eng. Somit müssten wir dann ausbauen. Und, äh, oh, das Lager ist voll. Ich wollte gerade sagen. Da müssen wir nämlich ausbauen, die Häuser ausbauen. Wir müssen neue Häuser bauen. Damit dann die Leute auch Platz kriegen. Damit die sich vermehren, dass wir mehr Leute bekommen. Gut. Äh, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und tschüss. Jo, Big City Life ist am Gange, würde ich mal so sagen. Ähm, wir haben jetzt wieder Leben in die Stadt bekommen. Müssen in der nächsten Folge tatsächlich doch ein, zwei Häuser weiterbauen. Dass wir dann auch wieder noch mehr Einwohner bekommen. Um noch mehr Arbeiter zu kriegen. Und dann können wir uns vergrößern. Unsere Weltmetropole werden. Finde ich völlig genial. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Tschüss.